Ich bin derjenige, dass wir uns jetzt zu Schatten des Krieges mit Leerde Geilo, Milo... Wir haben ja gerade immer noch an dem Ding, an dem epischen... Ja, Hauptmann, der war Grau rufen und Karagos Mega geil, nicht für uns, für den Job Aber ich sage mir einfach nur zu viel zu niedrig für den der selben 20 Jahre Der Kraug, wo ist der Kraug? Kraug, 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 Kraug Kraug weg! Schaut gut aus Ich bin geschossen Ah, da Ja 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 Dissert Hüah Woh! Ay Das hat sicher wehgetan. So. Doch noch gonger. Weil seine Stufe zu hoch drücken hat man zu bisschen geschämt um seine Stufe zu senken. Oh mein Gott. Really? Weil ich zu niedrig bin? Das ist echt nicht geil. Damn. Das dauert 1.000 Euro bis drauflevelst oder? Das ich ganze muss leveln oder? Meine Güte. Wie ist jetzt das? Natürlich nicht so geil. Jetzt ist der immer noch nicht unserer. Der. Mega geil Leute. Der war doch nur so scheißig. Alter. Jetzt müssen wir den jetzt nur mal fertig machen. Ist das ungerecht. Mega geil Leute. Echt. Das ist schon wieder ein Rot-Dorm. Ich bin genau durch den Turm durchgeguckt. still. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ich hab ihn gekillt und es war komplett. Ich denke, der kühlt ihn nicht komplett. Das ist natürlich schlecht. Es dauert 300 Jahre lang. Ja, ja. Loading Screen ist was schönes. Hallo. Äh, yo. Oh. 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 Okay. Okay. Obwohl, jetzt ist es noch rein, Glied-Onwarden, ich glaube ich. Geil, dass ich mein Eingling kenne. Geil, Geil, Geil. Geil, Geil. Geil, 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 Geil. 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 Geil, 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 Geil. Und sogar mehr, um den neuen Ring zu schaffen. Genau, es umhängt mit dem. Hier ist Mosugu der Schauter. Er ist aus! Er ist aus! Er gefällt dir da! Pfff! Ich lass dich! Du bist tot! Du gehörst mir! Er kann weltweit sein. Schleicht! Ich renne durch! Mal kurz auf Karten schauen. Mit den Schmiedetömen habe ich ganz cool gefunden. Das wird ja schon in den Reisen herkommen. Ich bin ja irgendwo! Ich bin ja jetzt! Da haben wir! Du hast auch Quests! Da vorne! Du musst doch kommen auf! Oh! Da müssen wir weiter laufen! So! Erstmal Mission! Starten! Ist das jetzt Elatrien oder Elatrien? Oder haben sie einfach verschrieben? Wir müssen sie finden, bevor sie alle unsere potentiellen Rekruten erlegt… Allerdings, wenn sie es täte, bräuchten wir auch keine Armee. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Falls wir sie lebend fassen. Du entscheidest nicht wenig am Leben, Lasse Ring, Schmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Dein Krieg ist vorüber. Das hört sich nicht gut an. Du dienst dem dunklen Herrscher nicht mehr. Hä? Der ist jetzt irgendwo anders. Ich glaube, dass ich war. Erstmal verhören. Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Sie werden Auserwählte genannt. Aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Ich bin dein Untergang. Meine Güte, wie du killst. Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hedie! Es geht irgendwie um den sehenden Stein! Das ist alles, was ich weiß! Was ich weiß! Was haben die Hedieh enthüllt? Die Auserwählten töten jeden, der sich nährt. Bleib stehen! Die Auserwählten, woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen! Alles streng geheim, ich weiß nicht wo! Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Dann müssen wir sie blenden. Ich muss ständig an dieses Gelecke denken. Ich mache ein schönes, fieses Faul. So. Das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es! Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss! Sagen wir Eltariel, was wir wissen. Das ist für sie nicht von Belangen. Wir haben unsere Mission und sie die ihrer. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Was ist denn der Hauptmann? Warte! Ich rieche etwas! So ein Narr in Karagor zu streicheln! Er hat es verdient, die Hand zu verlieren! So Unit, das ist für Sie. Wir wollen.. Es wird 25 substantial! Dann erwähnt einfach! runsaltro! Hallo? Der fliebe da auf, ey. Dankeschön. So, Morilis. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mithilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hedir sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Wahrscheinlich nicht. So wie jetzt mal. Wende, Schleichbein. Ah, okay. Dann muss ich an Stein zieh. Stein zieh, Stein zieh, Stein zieh. Jetzt muss ich erst mal zum Mental. Noch mal irgendwas Neues. Oh, wieder. Stufe 20 Bonusaufgabe und ihr Perfekt. Das lassen wir jetzt erstmal nur. Ich finde den einfach so geil, weil der so zerfleddert ist. Charakter, Fähigkeitspunkt. Terrorisieren, Fernkampf, Fähigkeit erlernen. Das ist das. Oh ja, das muss man eigentlich unbedingt machen. Kampf, äh, Kampfdinger ist. Das ist echt mega gut. Äh, da, 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 da. Also, da herum war mal. Die Mission war nicht die nächste Mission. Ist ja nicht da, oder? Wo sind die schon wieder? Hey, wieso kann ich? Na, ich muss erst irgendwas dummer machen, oder? Was werde ich denn dummer machen müssen? Du musst mehr Gefolge finden. Äh, das ist das, was ich... ...pärschen muss. Welche Volksleute? War ja klar. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, lasst das Auto. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also. Warte mal. Bis mal auf der Armee müssen wir dann. Ja, okay, machen wir nächstes Mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Habi dirri. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020